So, wunderschönen guten Abend meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier bei JB Trading, deinem YouTube-Kanal von Trader, für Trader, wenn es um Krypto-Trading geht. Wir schauen uns gleich gemeinsam an, was macht Bitcoin, was macht Ethereum, hat sich was verändert am heutigen Tage und wir machen heute wieder Samstag Altcoin Special, sind genug Altcoins in der Liste dabei, deswegen machen wir das heute gleich. Zuerst einmal ein ganz schnelles Update zu Bitcoin, wir sind hier nach wie vor in dieser gelben bearischen Trendwendebox, von hier erwarte ich mir einen kleinen Rücksetzer hier in unsere bullische Trendwendebox, die liegt bei 66.134 bis runter zu 62.735 US-Dollar, primär gehe ich davon aus, dass wir hier nochmal runter gehen in diesem Bereich und von hier aus dann Richtung 80, 85, 90.000 US-Dollar gehen sollten. Was aber noch sein kann, was ich auch gesagt habe, ist, wir sind hier in einer bullischen internen Sequenz, die uns hier über dieses High führen könnte, über die 70.800 US-Dollar und dann hätten wir dieses bearische erst einmal vernichtet, aber es ist nach wie vor übergeordnet. Noch beim alten Szenario, wir müssen über die 73.885 US-Dollar drüber gehen, dass wir sagen können, okay, wir sind hier aus dem Gröbsten raus, wir dürfen jetzt mit nachhaltigen Anstiegen Richtung 100.000 US-Dollar rechnen, aber dafür müssen wir erstmal diese lila Sequenz zu Ende bringen, die hat hier oben Ziel-Level bei 74.700 bis hoch zu knapp 78.000 US-Dollar. Kann sein, dass wir jetzt auf dem Weg da oben hin sind, wir wissen es nicht und wir wissen auch nicht, wie der Markt da hoch geht, aber jetzt komplett durchschießt oder hier in einer Sequenz hoch geht, was natürlich wünschenswert wäre, eine Sequenz, weil komplett nach oben durchschießen ist nie gut, er soll sich stetig aufbauen, schön nach oben hin steigen, aber impulsiv steigen, ja, nicht korrektiv. Also das ist erstmal zu Bitcoin, die Levels sind alle klar, sollten wir runtergehen, sind wir hier long positioniert, sollten wir hier hochgehen, werden wir uns danach nach 9 Setups umschauen. Bei Ethereum, gleiches Spiel. Erstmal alle Indikatoren rausnehmen, brauchen wir nicht. Auch bei Ethereum, wir sind hier nach wie vor in dieser bearischen Trendwendebox bei 3.863 US-Dollar bis runter zu 3.737 US-Dollar. Auch bei Ethereum erwarte ich mir von hier aus eine kleine Korrektur bis in diesen bullischen Trendwendebereich 3.371 US-Dollar bis runter zu 3.040 US-Dollar. Schauen wir mal, ob der Markt das macht oder ob er hier weiter nach oben durchschießt. Wie gesagt, übergeordnet. Darf er von mir aus auch ruhig auf die 4.500 bis 5.000 US-Dollar hochgehen, bevor er korrigiert. Darf der Markt machen und diese gelbe bullische Sequenz überschießen. Schauen wir mal, primär gehe ich aber davon aus, dass wir hier erstmal korrigieren werden bei Ethereum. So, und jetzt gehen wir auch gleich zu den I-Coins. Der erste I-Coin ist GRT, The Graph. Schauen wir uns mal an, was der Kollege hier macht. Okay, also wir haben hier bei The Graph schon seit Monaten diese weiße große Sequenz ausgemacht. Wir haben die auch mitgenommen. Wunderschön, bis hier oben ist C-Level gelaufen. Der Markt darf nach Erreichung des C-Levels korrigieren. Was macht der Markt? Er hat korrigiert und ist genau in unseren bullischen Trendwendebereich reingelaufen. Dieser Bereich liegt bei 27 Cent bis runter zu 14 Cent. Er hat hier bei 19 Cent nach oben reagiert und baut sich hier erstmal schön auf. Glückwunsch an alle, die sich hier positioniert haben mit meiner Analyse. Sieht gar nicht so schlecht aus, was der Markt hier macht. Wir laufen auch hier in einer Sequenz nach oben, die hat C-Level. Genau bei dem alten High, genau im Orderblock, hier oben, bevor es den Abverkauf gab, ziehen wir uns natürlich auch unser C-Level ein. Das machen wir uns in blau. Dann haben wir das hier. Das wäre erstmal das C-Level mittelfristig bei The Grave. 41 Cent bis 45 Cent. Ich tue mich noch etwas schwer mit diesem Markt. Warum? Weil wir hier nicht ganz impulsiv nach oben gehen. Deswegen bin ich auch im Copy Trading nicht in The Grave drin. Ich tue mir hier schwer, weil wir hier Überlappungen in der Aufwärtsbewegung haben. Also die Bewegung, die impulsiv sein sollte, haben wir Überlappungen mit Lower Highs in der Aufwärtsbewegung und zumindest mal gleichbleibende Lows hier. Also das ist nicht gut, was wir hier machen, dass wir hier ein Higher High bilden und danach ein Low auf gleicher Höhe wie das vorhörige Low vom letzten High. Ist eventuell auch dem geschuldet, dass Unsicherheiten herrschen. Aber wie gesagt, der Markt darf hier nach oben durchziehen, er darf hier nach oben laufen. Aber ich warte eher noch auf eine größere Korrektur. Und zwar hier in diesem Bereich. Also relativ große Korrektur. So, dieser Bereich hier von 27 Cent bis 22 Cent. Ich gehe davon aus, dass der Markt hier noch einmal reinlaufen sollte. Und dann von hier aus eine etwas größere Sequenz, weil diese blaue ist auch so gestrickt, dass sie uns nicht über diese letzten Highs bringen würde, dürfte. Deswegen darf nach Regelwerk dafür hier das zu Ende bringen und danach eine Korrektur einleiten. Aber ich gehe eher davon aus, dass wir bei der Graph jetzt noch eine kleinere Korrektur sehen in diesem gelben Trendwendebereich. Und dann von hier aus nach oben durchziehen und dann diese Highs rausnehmen. Schauen wir mal, was der Markt macht. Auf jeden Fall alles valide. Für den kurzen Timeframe, für den mittelfristigen Timeframe ist das hier zu beobachten in dieser blauen Sequenz. Zeichne ich euch natürlich auch sofort ein. Weil wie gesagt, die blaue Sequenz ist valide. Nur ich persönlich denke, dass wir eher nochmal tiefer korrigieren. Der blaue Trendwendebereich liegt bei 28 Cent bis 25 Cent. Also ungefähr Überschneidungsbereiche bei den 28, 27 Cent gehe ich davon aus, sollte der Markt noch einmal runtergehen und dann von hier aus nach oben durchziehen. Ob man jetzt die blaue Trend oder auf das gelbe spekuliert, sei jedem selbst überlassen. Ich spekuliere eher auf das gelbe. So, nächster Coin ist WLD. Ich muss kurz gucken, ob ich den schon einmal drin hatte. Ich glaube aber nicht. Ja, WIF hatte ich. WU. Okay, dafür fügen wir ihn hinzu. Okay. Binance-Chart. Mhm. Okay. Ja, sieht sogar recht interessant aus, der Markt hier. Sieht gar nicht so verkehrt aus, was der Markt hier macht. Wir haben hier auf jeden Fall eine Sequenz gehabt. Hier haben wir gefinisht, überschossen, leicht überschossen hier. Das weiße Ziellevel hier, aber das ist alles nicht schlecht. Was der Markt hier macht, kann ich gleich sagen, ist interessanter Markt. Mhm. Fürs Hördel-Portfolio auf jeden Fall, wo wir uns jetzt gerade auffinden, aufhalten. So heißt es, dieser Bereich hier. Also der Bereich von 6,12 bis runter zu 2,65 kann genutzt werden fürs Hördel-Portfolio nachlegen. Trade-technisch ist noch nichts drin. Wir sind hier in einer Seitwärtsphase. Wir haben hier auch, ihr seht es selber, wir bilden hier jetzt wieder Lower Highs und Lower Lows. Also es ist hier einfach eine Akkumulationsphase, aber wenn der Markt ausbricht, sollte er meiner Meinung nach impulsiv ausbrechen, weil wir haben hier lange Seitwärtsphasen. Da seht ihr, was passiert mit einer langen Seitwärtsphase. Impuls nach oben, vom Low bis zum Ausbruch, 500% knapp. Ähnliches können wir auch hier erwarten. Ich gehe nicht davon aus, dass wir es nochmal 500% machen. Aber solange wir uns hier aufhalten in dieser weißen Trendwendebox und uns hier akkumulieren, was der Markt auch augenscheinlich macht. Wir sind hier in einer Seitwärtsphase und darf der Markt sich hier aufladen und dann von hier aus weiter nach oben durchziehen. Sieht gar nicht schlecht aus. Also wenn man da investieren will und das Projekt kennt, rein technisch, aus technischer Analyse, nach Systemen sieht es nicht verkehrt aus, was der Markt hier macht. Gehen wir zum nächsten Coin-Comp. Das ist, glaube ich, die letzte Analyse auch etwas her. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wenn wir Analysen mal eine Zeit lang nicht haben und dann wieder mal mitnehmen, können wir dann genauer gucken, was der Markt gemacht hat, ob der Markt meine Erwartungen erfüllt hat oder nicht. Okay, dann habe ich hier gar nicht drin. Hmm. und in anderen schaut wo ich ihn drin habe nehmen wir den hier kurz muss ich nicht so viel einzeichnen neues also bei com ist es auch ganz klar hier wir verfolgen diese blaue große bullische sequenz der markt ist gerade im trend wende bereich und zeigt jetzt erste impulsive anstiege ist jetzt hier dieser bereich geht von 69,45 us dollar bis 49,95 us dollar wir waren hier im trade drin wir wurden hier leider ausgestopft mit dem flash crash damals mit dem altcoin flash crash schade gehört halt dazu sind halt altcoins da ist halt die gefahr höher dass man ausgestopft wird das hordelportfolio war dieser bereich ganz klar zu empfehlen auch dazu noch einmal eine ein kleiner hinweis ja diese analysen wo ich teile für die community mitglieder und für die leute wo über mein link bei bing ex in der signalgruppe drin sind ja diese analysen die wo ich dann teile die kann man auch wunderbar fürs hordelportfolio benutzen ja wie gesagt es gibt analyse häuser die verlangen dafür richtig kohle ich verlange dafür gar nichts es sei denn ihr seid in der youtube kanal mitgliedschaft drin für fünf euro im monat also ich analysiere da wirklich alle märkte die ihr wollt ja andere analyse häuser die die haben dann halt ihre 10 15 märkte ich mache alle märkte wo ihr wollt und die könnt ihr dann genauso gut nutzen für hordelportfolio ja müsst ihr nicht ein haufen geld für bei analyse häuser ausgeben wo im endeffekt zum gleichen ergebnis kommen wie ich oder zumindest ein ähnliches ergebnis oder ich bin sogar teilweise noch genauer als die also nun mal dazu am rande ja es ist wie gesagt es kostet euch nicht es sei denn ihr könnt auch die youtube mitgliedschaft machen für fünf euro im monat dann kriegt ihr diese analysen auch alle nun mal so am rande für die leute wo hk punkt punkt folgen oder peter schulz analytics oder wie der heißt also nun mal dazu von hier aus wie gesagt kann der markt jetzt nach oben durchziehen wir haben das 78 6 wie gesagt nach unten gebrochen aber nur unterschritten wir haben nicht drunter geschlossen wir haben nur liquidität drunter abgefischt ist eigentlich ein sehr bullisches zeichen wir können uns vom 78 6er jetzt auch bullisch aufbauen und wie gesagt auch hier bei kommt der nächste ausbruch sollte meiner meinung nach sehr explosiv werden ähnlich wie hier dass wir uns hier nach oben durchhangeln und dann mit dem finalen ausbruch aus dieser zone nach oben durchziehen ziel level bei com 132 bis 154 us dollar mittelfristig ja ist noch lange nicht ende der fahnenstange das ist mittelfristig für die nächsten wochen und ich denke mal wir haben da richtig gute chancen dass wir da nicht in allzu langer zeit hinkommen werden sehr interessant das projekt gehen wir auf sushi da sind noch die ganzen einzeichnungen drin mit stop loss alles aus der signalgruppe obwohl ich das wort signalgruppe nicht meine nicht wirklich mag weil signalgruppen sind eigentlich für den arsch ich werde wahrscheinlich umbenennen in analyse gruppen also gehen wir noch kurz auf sushi sushi ist ähnliches spiel bei komp wir sind auch hier runtergerasselt in den bullischen trend wende bereich auch hier das 76er leider rausgenommen auch hier wurden wir aus dem aktiven trade rausgeworfen ich muss einen stop loss wählen knapp unter dem 78 sechser aber der markt hält diesen bereich so wie es aussieht wir sind auch seitdem schon wieder stark angestiegen wenn wir das anschauen fast 60 prozent nach oben vom 78 sechser das ist der zwölf stunden time frame also auch hier das gleiche fürs hordel portfolio war dieser bereich von 1 dollar 31 bis 83 cent sehr lukrativ 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 zum investieren während das projekt glaubt ich bin in sushi nicht investiert muss ich ehrlich sagen aber wie gesagt man kann auch hier wirklich fürs hordel portfolio diese bereiche hier das 50er level das 559 61 68 66 700 und 78 sechser nach system kann man auch fürs hordel portfolio benutzen mit tranchen nachlegen fertig kein stress ist sowieso der sicherste weg um zu traden ja und der nerven freieste weg sagen wir es mal so also dieser bereich ist fürs hordel portfolio sehr zu empfehlen natürlich keine anlage finanzberatung aber macht keinen schlechten eindruck wir haben auch hier dieses high rausgenommen mit diesem pump nach oben und die nächsten mittelfristigen kurszielle sind auf jeden fall schauen wir mal das low haben wir 3.45 bis 4.10 mittelfristig auch hier ist es noch nicht das ende der fahnenstrahl meiner meinung nach also für den bull markt der markt sollte deutlich deutlich drüber gehen in den nächsten 1-2 jahren 1-1,5 jahre sowas aber mittelfristig hier das hier ist an zu visieren und sieht gar nicht so schlecht aus was der markt hier macht gehen wir zu veracity Nächster Coin. Dann müssen wir wieder in diese Liste rein. Super, hier in der Liste. Mhm, also Veracity, muss ich ehrlich sagen, bin ich etwas enttäuscht. Wir haben hier bei Veracity, haben wir hier auch einen Trade versucht, auch rausgegangen. Die Reaktion hätte hier kommen müssen vom 78.6. Wir sind drunter gegangen, haben auch drunter nachhaltig geschlossen. Wir haben auch hier diesen Trendkanal oder diese Trendlinie, wo ich euch eingezeichnet habe, haben wir nach unten hin verloren und tun sie jetzt von unten retesten. Nach unten gerichtet, ja, etwas enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Veracity sah hier so positiv aus, mit diesem bullischen Anstieg hat die Sequenz nicht zu Ende gebracht. Und hat hier auch schon fast die Lows rausgenommen. Schade, hätte viel Potenzial gehabt. Ich weiß nicht, warum da dieser Markt so abgeschmiert ist. Aber wir halten nach wie vor hier, wenn wir uns das anschauen. Wenn wir das hier rausnehmen und uns ein neues Gesamtkorrekturlevel einzeichnen. Dann machen wir das hier mal raus. Das verwirrt uns nur. Also das nehmen wir auch raus. Wir konzentrieren uns auf den neuen bullischen Trendwendebereich. Kann sein, dass der Markt sich einfach jetzt hier auflädt. So, wenn wir uns das anschauen. Diesen Bereich hier. Bei Veracity. Die 0,009 US-Dollar bis runter zu 0,005 US-Dollar. Diesen Bereich darf der Markt hier komplett nutzen, um sich nochmals zu akkumulieren für den nächsten Push nach oben. Er muss diesen Bereich halten. Er darf hier nicht nachhaltig unter die 0,005 US-Dollar drunter gehen. Darf er nicht machen. Er muss diesen Bereich, wo er jetzt gerade ist, hier oberhalb von der 0,005 US-Dollar muss erhalten. Und dann sich sammeln für den nächsten Ausbruchsversuch nach oben. Stand jetzt bilden wir nach wie vor higher lows und higher highs. Wir sind in einem Aufwärtstrend. Das könnte sich hier zu einem riesigen Kanal entwickeln, der dann hoffentlich nach oben ausbricht. Wenn er nach unten ausbricht, ist der Markt tot. Dann ist Veracity am Piep. Ihr wisst, was ich meine. Also deswegen, es kann sein, dass wir hier einen riesigen Kanal bilden und dann von hier aus dann den Ausbruch sehen. Stand jetzt kann ich nichts sagen, mit C-Level ist einfach nichts drin, weil wir keine Struktur haben, keine Sequenz. Aber sagen wir es mal so, mit so einer langen Seitwärtsphase, wenn wir hier jetzt nicht unter die 0,005 US-Dollar nachhaltig drunter brechen, kann es sein, dass wir bei Veracity einen enorm explosiven Anstieg sehen werden. Wie gesagt, relevante Levels, wichtige lows hält er, er bricht sie nicht, Stand jetzt. Der Ausbruch könnte gewaltig werden, sagen wir es mal so. Aber dazu erstmal, wenn es mal soweit ist, wenn wir hier eine bestätigte bullische Reaktion haben. Wir haben sie ja zweimal gehabt, wir haben relevante Highs rausgenommen. Aber leider nicht impulsiv und nicht nachhaltig genug. Das ist das Problem bei Veracity. Vielleicht kommt es dann, wenn die Shitcoin-Season anfängt. Ich bin in Veracity stark, also relativ stark investiert für so einen kleinen Markt. Ich werde es wahrscheinlich jetzt, gut, dass wir die Analyse machen, ich werde auch hier bei Veracity noch einmal nachlegen. Muss ich mir nachher gleich aufschreiben, dass ich das nicht vergesse. Ein Sternchen. Nicht vergessen, Veracity nachkaufen. So. Gehen wir zum nächsten Coin. TIA. Ich glaube, den hatten wir auch schon einmal. Muss ich kurz gucken. TIA B. Da hatten wir schon einmal tatsächlich. Ah ja, okay. Der Markt ist tatsächlich nicht so weit runtergegangen, wie ich das eingezeichnet habe. Also bei TIA hatten wir hier eine halbwegs vertretbare, impulsive Aufwärtsreaktion. Was wir aber hier sehen, ist, dass wir runterkommen und halten diesen bullischen Trendwende-Bereich hier. Zeichne ich euch das auch noch kurz ein, damit es schöner aussieht, übersichtlicher. Also dieser Bereich hier bei 11,58 bis 6,05 Dollar hält bei TIA. Solange wir uns hier drin akkumulieren, können wir auch hier mit einem explosiven Move nach oben relativ explosiv, müssen wir gucken, wie der Markt sich hier entwickelt. Aber, das können wir schon sagen bei TIA, wir können uns hier ungefähre Preisziele ausrechnen. Mittelfristig liegen die 38 Dollar bis 45 Dollar, sollten wir hier kein neues Low generieren. Aber das, was der Markt hier macht, ist, er darf sich hier akkumulieren, er darf hier seitwärts laufen, er darf diese Box komplett ausnutzen. So, ja, und dann von hier aus dann irgendwann mal, wir wissen es nicht, den Ausbruchversuch starten. Aber geht das natürlich nur, wenn genug Käufer im Markt drin sind. TIA ist ein ganz, ein relativ neues Projekt, so wie es aussieht hier nach Chart. Wenn man sich mit dem Projekt auskennt, ist es wahrscheinlich kein schlechter Zeitpunkt, um sich hier ein bisschen einzukaufen. Ja, aber aus charttechnischer Sicht kann ich leider nichts mehr dazu sagen, außer, wir müssen warten, er muss das hier bestätigen, diese impulsive Aufwärtsbewegung mit einer gegenläufigen Korrektur und dann einem erneuten Impuls nach oben, eine impulsive Bewegung nach oben, nicht nur ein Impuls, sonst kacken wir direkt wieder ab. Er muss es beweisen, bis dahin kann ich leider nichts sagen, auch intern gibt es nichts zu sagen. Ja, intern sind wir auch in einer kleinen bullischen Trendwendebox, aber ich denke mal, die meisten sind hier eher langfristige Investoren und jetziger Zeitpunkt sieht gar nicht so schlecht aus zum Investieren. Nächster Coin ist Tone. Hatten wir auch schon, wenn ich es noch richtig in den Kopf habe. Tonecoin. Okay, wir haben hier diese Sequenz gehabt, haben wir gefinisht, haben wir deutlich, deutlich überschossen bei Tonecoin. Bullische Trendwendebereich habe ich euch hier eingezeichnet. Dieser liegt bei 4,23 Dollar bis runter zu 2,25 Dollar. Wir sind einmal hier runtergekommen, aber wurden davor direkt aufgekauft und der Markt ist wieder nach oben gegangen. Kann sein, dass wir jetzt hier diesen Bereich nicht mehr anlaufen, dass wir von hier aus weiter nach oben durchziehen in einer Sequenz. Wenn wir dieses High rausnehmen bei 7,75 Dollar, 7,72 Dollar, 7,70 Dollar, dann hätten wir hier eine große bullische Sequenz. Ich denke aber eher, dass der Markt noch einmal runterkommen sollte. Das gefällt mir nicht. Wir haben hier keine Stabilität nach diesem impulsiven Anstieg. Direkt wieder nach oben. Wir sehen es auch hier, hat zu keinem neuen High geführt. Es kann sein, wenn der Markt hier extrem bullish ist bei diesem Coin, dass wir hier ohne Stabilität weiter nach oben durchziehen. Aber ich will es nicht sehen. Also ich denke eher, wir werden hier nochmal runterkommen bei Tonecoin. Schauen wir mal, was dafür gehalten werden muss, was hier gebrochen werden muss. Und jetzt sehen wir hier gerade, der Markt ist auch hier intern zurückgekommen und hat hier diesen Bereich respektiert bei 6,18 Dollar bis runter zu 5,25 Dollar. Es kann sein, dass wir von hier aus weiter nach oben durchziehen und diese große Korrektur nicht mehr sehen. Es kann sein, wenn sich der Markt jetzt hier stabilisiert in diesem Bereich und dann von hier aus weiter nach oben durchzieht, dann war es das. Dann kommen wir nicht mehr in diesen Bereich, wo ich hier unten angezeichnet habe. Mittelfristig können wir uns auch angucken, falls er wirklich das blaue Szenario ausspielen sollte, wo die mittelfristigen Ziele liegen. Und die sind bei 10,70 Dollar knapp bis 11,90 Dollar. Also 10 bis 11 Dollar. Solltet hier kein neues Low generieren. Aber ich würde eigentlich lieber sehen, dass wir hier nochmal runtergehen und uns hier in dieser weißen Box stabilisieren, bevor wir den nächsten Upmove versuchen. So etwas, eine V-Reaktion ist zwar schön, hört sich immer schön an. Hey, wir sehen eine V-Formation und bla 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 oder Hektor, Bektor, Jektor, Kendall oder sowas. Hört sich immer fantastisch an, euphorisch oder keine Ahnung, wie man das nennen soll, aber im Endeffekt ist es nicht gut, wenn wir hier so eine Reaktion sehen ohne Aufbau. Es kann sein, wie gesagt, wenn der Markt extrem bullisch ist, dass wir hier keinen Aufbau brauchen, keine Stabilität. Aber in der Regel ist es so, wenn der Markt nicht stabilisiert ist, wie bei einem Haus ohne stabiles Fundament, kracht jedes Haus irgendwann ein. Die Leute können zwar nach oben durchbauen, ja, die können auch bis zum 10., 12., 15. Stockwerk hochbauen, aber irgendwann mal kracht das Haus ein, wenn kein gescheites Fundament vorhanden ist. Und deswegen brauchen wir irgendwo Stabilität, gerade nach so einer Aufwärtsphase. Können wir uns auch gerade angucken, wie viel hat der Coin da gemacht, 350%. Schwierig, ohne Stabilität, aber wir wissen es nicht, wenn der Hype getrieben ist oder Community getrieben, kann da schnell was passieren. So, gehen wir auf ICP. Ihr seht schon, heute lohnt es sich wieder. Danke übrigens an die ganzen Altcoin-Wünsche hier unter meinen Videos. Also bei ICP haben wir folgendes Szenario, und zwar sind wir hier in einer bullischen Sequenz drin. Der Markt darf hier auch diesen Bereich benutzen. Bei 15,40 Dollar bis runter zu 12 Dollar erhält sich hier auch die ganze Zeit auf in dieser bullischen Trendwendebox. Aber es kann sein, dass wir hier etwas Größeres vorhaben. Und warum? Weil hier diese letzte Aufwärtsbewegung, die war nicht wirklich schön, die war nicht wirklich impulsiv. Das hier war ein Impuls. Aber wir sind halt auch hier bei ICP in der Aufwärtsbewegung von diesem Low sind wir korrektiv hochgegangen. Das will ich eigentlich von einem Markt nicht sehen. Deswegen kann es sein, dass wir bei ICP auch hier ein Alternativ-Szenario haben. Was der Markt auch Stand jetzt respektiert. Und zwar zeichnen wir es uns ein. Das finde ich das blaue hier. Dieser Bereich geht von 11,90 Dollar bis 6,69 Dollar runter. Ich denke eher, dass wir uns hier auf das Größere, Bullische vorbereiten können. Dann können wir hier nämlich die ganze Aufwärtsbewegung als eine korrektive Aufwärtsbewegung sehen. Und danach sollte nach einer so großen korrektiven Bewegung ein starker, starker Impuls kommen. Ich gehe auch davon aus, dass ICP traue ich sehr, sehr viel zu im kommenden Bullrun. Aber wie gesagt, das Interne hier, das Weiße, das hält noch. Das ist nicht vernichtet worden, aber halt dieses letzte Low ging halt schon sehr nah an unser B-Low. Und somit denke ich eher, dass wir hier das blaue verfolgen müssten. Gucken wir uns mal da die C-Level an. Stand jetzt, wenn wir kein neues Low generieren sollten. Seht ihr selber, C-Level wären bei 39 Dollar bis 46 Dollar. Gucken wir mal, ob das hier Sinn ergibt, dass wir dann hier hochgehen. Ja, ihr seht es hier, dann wäre das blaue C-Level genau über diesen letzten Highs, bevor der letzte starke Abverkauf kam. Also ich würde mich hier eher auf das Blaue fokussieren. Wo wir uns jetzt auch gerade etwas drüber halten. Und macht für mich einen valideren Eindruck. Kann sein, dass wir das hier in den nächsten Wochen erreichen werden. Diese Preis-Ziele von Blau. Sieht auch nicht ganz so schlecht aus. So, und jetzt gehen wir noch zum letzten Altcoin-Wunsch, was kein Altcoin-Wunsch ist. Es ist eine Tech-Aktie. Und zwar ist es hier Coinbase. Hat sich dir selber, glaube ich, gewünscht. Erstmal liebe Grüße auch an dich nach Sansibar. Das ist echt interessant, was für Leute mir hier zuschauen. Aus allen Teilen der Welt, unglaublich. Sansibar. Also Coinbase, muss ich gleich vorneweg sagen, sieht sehr, sehr stark aus. Es sieht einfach sehr, sehr stark aus. Wir haben hier übergehört und auf dem Tagestimeframe. Wir hatten diesen großen Abverkauf. Aber wir bilden hier die ganze Zeit hier schon seit Monaten, seit eineinhalb Jahren. Higher lows und zwar durchweg higher lows und higher highs. Wir haben auch in dieser Aufwärtsbewegung keine Überlappungen. Wir haben einen Impuls. Das ist wichtig. Ihr magt, gucken wir mal, schauen wir uns an, ob er jetzt in einer Sequenz drin ist, wo er zu Ende gebracht hat und wir mit einer Korrektur rechnen können. Das hier hat er zu Ende gebracht. Das sehe ich. Das hier wahrscheinlich. Das hier. Also. Ich gehe davon aus, dass wir diese Sequenz hier verfolgt haben dürften. Im Markt mit C-Level hier oben. Das war das hier. Und jetzt gehe ich davon aus, dass wir hier eine Korrektur sehen werden erstmal bei Coinbase. Also alle, wo hier einen guten Einstieg suchen, wird höchstwahrscheinlich dann sich das hier ausspielen. Der Markt ist jetzt bei 237. Nächster Einstieg wäre hier bei 158 US-Dollar bis runter zu 85 US-Dollar. Auch hier wieder interessanter Bereich. Genau, wo wir hier den Impuls nach oben bekommen haben, vom 66-7er, vom jetzigen bei 115 US-Dollar. Ist auf jeden Fall interessant. Muss ich ehrlich sagen, muss ich, werde ich wahrscheinlich mein Aktiendepot auch hinzufügen. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir bei Coinbase hier runterkommen. Wir schauen uns auch gleich an, ob wir hier in einer bearischen Struktur drin sind. Ich sage ja, sind wir. C-Level dürften wahrscheinlich auch da unten liegen. Ziemlich genau im Überschneidungsbereich. Ja, das dürfen wir nicht mehr nehmen. Haben wir schon rausgenommen. Es ist dann zu stark. Und das hier. Okay, es kann sein, dass wir hier noch in einer internen bearischen Sequenz drin sind, mit einem finalen Abverkauf, bevor es dann weiter nach oben geht. Schauen wir uns das an. Das wäre das Szenario. Gucken wir mal, ob wir hier in einem Korrekturlevel drin sind. Also, dieser Bereich hier bei 228 US-Dollar bis hoch zu 249 US-Dollar sollte für die Bären halten, dass wir hier noch einmal eine Korrektur sehen. Ein Rücksetzer, ich gehe davon aus, dass wir hier nochmal einen Rücksetzer sehen werden bei Coinbase. Und zwar, wie gesagt, in diesem großen bullischen Trendwende-Bereich. C-Level von dieser bearischen Sequenz wären knapp oberhalb. Würde auch Sinn machen, dass wir hier bullisch unterwegs sind, gar nicht so tief gehen. Dass wir hier eher in dem Bereich von 180 US-Dollar bis runter zu 158 US-Dollar nach oben reagieren können. Es stand jetzt, es kann auch sein, dass das schon zu Ende ist, die Korrektur. Müssen wir uns anschauen, ob das wirklich so ist, bevor ich hier einen Mumpitz erzähle. Holmiss ist 38,2er, es könnte sein, nee, 38,2er nicht angelaufen. 38,2er liegt genau, ihr seht es hier, C-Level liegt genau zwischen dem 38,2er und dem 50er-Retracement. Also, ich gehe davon aus, dass wir bei Coinbase noch einmal marginal etwas tiefer gehen sollten. Und dann von hier aus, aus diesem Bereich, wie gesagt, 180 bis 150, 160 US-Dollar ist, denke ich, Ende der Fahnenstange, müssen wir schauen, falls die Korrektur kommt, ist insgesamt wirklich, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr stark und auch im Blick auf die Kryptowelt, Regularien, Zulassungen, ETFs und Verwahrstellen, könnte Coinbase wirklich einer der Überflieger werden im nächsten Bullrun. Auch hier vom Aufbau her, alles tipptopp, wie gesagt, sehr, sehr schöner Impuls nach oben, impulsive Bewegung, ohne Überlappungen, ohne nichts, sieht einfach nur sehr, sehr stark aus. Auch hier diese Abwärtsbewegung, sehr, sehr korrektiv mit Überlappungen, das ist wichtig für eine Korrektur. Ja, sieht nicht schlecht aus. Also, das war's, Altcoin-Analyse, fast 40 Minuten für euch am Chart gewesen, liebe Leute, an einem Samstagabend für die Community mache ich fast alles. Und ich danke dir, wenn du bis zum Ende durchgehalten hast, wenn dir diese Art der Analyse gefällt und du hier aus diesen Videos einen Mehrwert siehst, dann würde ich mich freuen, wenn du ein kostenloses Abo da leist, ein Kommentar und ein Like. Besuche gerne auch die Telegram-Gruppe, die Signal-Gruppe oder Trade-Ideen oder Analyse-Gruppe. Kostet dich 5 Euro im Monat auf YouTube oder meldest dich über meinen Bing-Ex-Link an, kommst du auch in die Gruppe rein. Da gibt es alle Analysen, wo ich hier teile, mit euch, nach Wunsch, gibt es dann auch dort in der Gruppe zu sehen. Und ich würde sagen, das war's dann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstagabend. Genießt das Wochenende. Wir sehen uns dann auf jeden Fall zum nächsten Update-Video. Euer Joe. Macht es gut und ciao, ciao, Leute.